Hallo zusammen. Schön, dass ihr meinen Kanal wieder eingeschaltet habt. Heute wird meine Ansage etwas länger, weil es liegt mir am Herzen. Die letzten 90 Tage in der Off-Season-Zeit habe ich versucht, euch mit und um den Europa-Park alle Neuheiten zu zeigen. Teilweise bin ich morgens ab 6.30 Uhr und glaubt mir, da war es wirklich kalt, eine halbe Stunde, Stunde, zwei Stunden gestanden, um zu warten, um euch etwas Neues zu zeigen. Mal hat es geglückt, mal nicht. Ich wünsche euch heute viel Spaß. Sieben Tage, noch sechsmal schlafen, dann ist es soweit. Unser Europa-Park, unser Leben macht wieder auf. Ich wünsche euch viel Spaß dabei und weitere Videos. Auf bald, Martin. Salut, bien que ma chaîne soit nouveau allumée. Aujourd'hui, mon annonce sera un peu plus longue, parce que c'est important pour moi, les 90 derniers jours hors saison. J'ai essayé de montrer toutes les nouvelles avec et autour de l'Europa-Park. Parfois, je suis le matin à partir de 6h30 et croyez-moi, il faisait très froid, une demi-heure, une heure ou deux heures à attendre pour vous montrer quelque chose de nouveau. Parfois, cela n'a pas fonctionné. Sept jours ou six autres nuits, puis notre Europa-Park à nouveau. Amusez-vous, Martin. ... 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